Stell dir vor, deine Engel führt dich zu einem wunderschönen See. Der Mond leuchtet hell und voll. Das Licht des Mondes und der Sterne spiegelt sich im Wasser. Du lässt dich in das warme Wasser gleiten und badest in dem Licht des Mondes. Du bist nicht alleine. Wundervolle, zarte Wesen begleiten dich mit ihren Gesängen und behüten dich. Es kann sein, dass für einen Moment alte Ängste aufsteigen, die sich sanft auflösen und dich immer tiefer zu dir selbst führen. Die silberne Strahlen des Mondes und das sanfte Licht der Venus laden dich vollkommen. Aus. Untertitelung des ZDF, 2020